Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um Rückbeugen, das heißt wir öffnen die Vorderseite von unserem Körper, wir dehnen unsere Hüftbeuger durch, wir öffnen die Schultern, das heißt perfekt, wenn du viel im Sitzen arbeitest oder wenn du Läuferin bist, sind Rückbeugen immer gut, also Rückbeugen sind generell gut, das ist auch eines meiner Lieblingsthemen, aber ja vor allem, wenn du viel sitzt und im Sitzen arbeitest, würde ich dir die Klasse empfehlen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wir sehen uns auf der Matte. Wir starten im Sitzen, such dir einen gemütlichen Sitz, wo du ein paar Momente sitzen kannst, dann richte dich hier auf, schließ deine Augen, schieb alles von dir weg, was du im Moment nicht brauchen kannst und bring deine gesamte Aufmerksamkeit auf deinen Körper in den Raum, wo du dich gerade befindest. Meistens ist es gar nicht so leicht, offen und liebend durch die Welt zu gehen, deswegen verschließen wir uns viel zu oft, wir verschließen unser Herz, wir verschließen unsere Gefühle ganz tief in uns und lassen das gar nicht erst hochkommen oder lassen es gar nicht zu und dadurch verschließen wir uns aber auch vor so vielen Möglichkeiten, vor unseren liebsten Menschen im Leben. Wir verschließen uns auch vor uns selbst, weil wir uns vieles gar nicht eingestehen wollen, vieles gar nicht zulassen wollen. Ich würde dich heute einladen, offen zu sein, dich wieder mehr zu öffnen. Wir fließen heute durch ein paar Rückbeugen. Und öffnen unser Herz, unser Herzchakra, wir öffnen die Vorderseite von unserem Körper, dehnen uns hier durch. Und ich würde dich einfach einladen, die Gefühle und Emotionen zuzulassen, die vielleicht hochkommen, die du vielleicht verstaut hast in dir drinnen. Lass alles raus, lass es zu und öffne dich wieder mehr deiner Umwelt gegenüber dir selbst. Fange dann an, die Atmung hier zu vertiefen. Atme tief in den Bauch und in den Brustkorb ein. Mit der nächsten Einatmung öffne dann die Augen und zieh die Arme mal weit nach oben zur Decke. Beug dann deine Arme, Kaktusarme und schieb das Brustbein weit nach vorne, öffne den Brustkorb. Mit der Ausatmung mach dich so rund wie möglich und bring deine Unterarme vor dir zusammen. Mit der Einatmung schieb das Brustbein nach vorne, zieh die Schulterblätter zueinander. Und mit der Ausatmung bring die Unterarme zusammen und zieh die Schulterblätter ganz bewusst auseinander. Noch zweimal, atme tief ein, öffne den Brustkorb und mit der Ausatmung zieh den Bauchnabel nach innen und mach dich hier rund. Letztes Mal, atme hier tief ein, öffne und mit der Ausatmung runde dich wieder. Und dann zieh die Arme nochmal weit nach oben, streck dich in die Länge und roll dann über deine Knie vor auf alle vier. Richte dich hier gut ein, wir starten mit Cat-Cow-Movements. Einatmen, öffne den Brustkorb, blick nach vorne. Mit der Ausatmung runde ganz bewusst den unteren, mittleren, oberen Rücken, mach dich rund. Einatmen, spür wieder in den unteren, mittleren, oberen Rücken hinein, öffne den Brustkorb. Ausatmen, wirbel für wirbel, runde dich. Und dann fließe in deine Atmung, in deinem Atemrhythmus. Mit jeder Einatmung öffne und mit jeder Ausatmung runde dich. Das nächste Mal, wenn du gerundet bist, dann bleib hier, schieb die Hände in die Matte und dann zieh die Schulterblätter nochmal ganz bewusst auseinander. Heb dann deine Handflächen, deine Handteller weg von der Matte und bring ein bisschen mehr Gewicht in deine Hände. Das heißt, nur die Finger und die Fingergrundgelenke sind auf der Matte. Daumen ist auch weg. Spür in deine Handflächen, Handgelenke hinein und dann senk die Handflächen wieder ab. Öffne den Brustkorb, Blick nach vorne und dann beug hier die Arme und senk Brustkorb und Kinn auf der Matte ab. Ausatmen, schieb dich wieder weg, mach dich rund und heb die Handflächen weg von der Matte. Und senk die Handflächen wieder ab, öffne den Brustkorb und senk dein Brustbein und das Kinn auf der Matte ab. Noch zweimal, ausatmen, mach dich rund, heb die Handfläche weg, bring mehr Gewicht in deine Hände, krall dich mit den Fingerspitzen richtig fest in die Matte. Und dann senk die Hand wieder ab und öffne Brustkorb und Kinn zur Matte. Letztes Mal, streck die Arme durch, mach dich so rund wie möglich, heb deine Handflächen weg. Und dann öffne den Brustkorb, beug die Arme und senk das Brustbein und das Kinn auf der Matte ab. Und dann bleib hier. Wenn es zu intensiv für dich ist, dann wackel die Knie gerne ein bisschen weiter zurück und dann streck hier die Arme mal zurück, Handflächen zeigen nach unten. Wenn du noch weiter gehen möchtest, bring die Fersen Richtung Gesäße ran. Dann nimm hier einen tiefen Atemzug durch die Nase ein. Und dann senk deine Füße wieder ab, stell die Hände neben dir auf und dann leg hier deinen Körper auf der Matte ab und bring die Unterarme zur Matte für die Sphinx. Drück deine Fußrücken fest in die Matte, kipp das Becken hier nach unten, aktiviere die Pobacken und dann schieb dich mit den Händen, schieb die Hände energetisch zu dir heran, während du das Brustbein hier nach vorne schiebst und die Scheitelkrone hoch zur Decke für die Sphinx. Nimm auch hier einen tiefen Atemzug. Und dann langsam senk den Oberkörper wieder ab, stell die Fingerspitzen links und rechts von dir auf, schau, dass die Ellbogen nach oben zeigen. Für die Cobra, drück nochmal ganz bewusst Fußrücken und Hüftknochen nach unten. Und dann roll hier mal Wirbel für Wirbel hoch in die Cobra, streck hier gern deine Arme durch und dann senk hier wieder Bauch, Brustkorb und Stirn auf der Matte ab. Einatmen, roll den unteren, mittleren, oberen Rücken hoch in die Cobra. Mit der Ausatmung senk wieder Bauch, Brustkorb und Stirn ab. Letztes Mal, einatmen, roll hier nach oben, während das Becken nach unten kippt, schieb die Scheitelkrone zur Decke. Ausatmen, leg den Bauch, Brustkorb und Stirn wieder auf der Matte ab. Streck dann deine Arme zurück, die Handflächen zeigen nach unten. Einatmen, schäle jetzt deinen Oberkörper weg von der Matte, drück die Handflächen und deine Fußrücken fest in die Matte, heb dich hier noch ein bisschen höher für drei, zwei und eins. Hebe jetzt deine Beine weg von der Matte und dann zieh die Beine hier ein bisschen höher, zieh den Oberkörper ein bisschen höher. Wir halten auch hier für drei, zwei und eins. Hebe jetzt auch deine Hände, deine Arme weg von der Matte und hebe jetzt alles weg, was du wegheben kannst. Zieh alles Richtung Decke nach oben. Wir halten für fünf, vier, drei, zwei, kommen dann einen höchsten Punkt in dieser Rückbeuge. Und eins, senk hier langsam Ahr auf der Matte ab. Du kannst ein Ohr auf der Matte ablegen oder mit deinen Händen ein Polster machen. Wackel die Hüfte gerne ein bisschen links und rechts. Und dann streck deine Arme hier mal weit nach vorne aus. Die Handflächen zeigen zueinander. Mit der nächsten Einatmung heb alles von der Matte weg, was du wegheben kannst. Zieh die gestreckten Arme hoch zur Decke, zieh die Beine ein bisschen höher. Und wir halten auch hier noch für fünf, vier, drei, zwei, komm an deinen allerhöchsten Punkt hier. Und eins, senk langsam wieder ab. Leg deine Unterarme jetzt auf der Matte auf, stell deine Zehenspitzen um und dann heb das Becken weg von der Matte für ein Unterarmplank. Richte dich hier gerne ein, wackel gern so ein bisschen vor und zurück. Und dann wander mit deinen Füßen nach vorne Richtung Hände für einen Delfin. Heb dich dann richtig aus den Schultern heraus, schieb dich mit den Unterarmen weg von der Matte. Blicke zwischen deine Unterarme und finde hier Länge im Rücken. Schieb die Hüfte weiter hoch und beug hier die Knie, soweit du es brauchst. Wir halten auch hier noch. Nimm einen tiefen Atemzug. Und dann zieh die Ellbogen energetisch zueinander und fang langsam an, deine Arme hier durchzustrecken in den herabscheuenden Hund. Und dann nimm dir hier Zeit, dich einzurichten im herabscheuenden Hund. Schau, dass dein Nacken und dein Kiefer entspannt sind. Und dann komm auf deine Zehenspitzen und wandere hier Schritt für Schritt nach vorne zum Anfang der Matte. Einatmen, gerade Rücken, Blick nach vorne. Ausatmen, dehn dich heran. Zieh die Arme dann weit nach oben, komm zum Stehen. Und ausatmen, Hände vom Herzen zusammen. Und dann öffne hier mal die Beine hüftbreit. Bring deine Hände in Kalimudra, das heißt du greifst die Finger ineinander, Zeigefinger zeigen nach oben. Einatmen, zieh die Arme dann weit hoch zur Decke. Und dann kipp das Becken nach vorne ein und zieh dich in die Länge. Dann öffne den Brustkorb, schieb die Hüfte nach vorne und komm hier in deine Rückbeuge. Komm dann langsam wieder hoch, beug dich über die Hüfte nach vorne in die Vorbeuge Uttanasana. Einatmen, gerade Rücken, bring den Blick nach vorne, komm auf deine Fingerspitzen und dann verlagere das Gewicht nach links, zieh das rechte Bein weit zurück und nach oben. Beug dann langsam dein Standbein und lande den rechten Fuß am Ende der Matte in drei, zwei und eins. Senk das rechte Knie ab, bring die Hände in Kalimudra und zieh die Arme weit nach oben in den Low Lunge. Und auch hier zieh dich zuerst in die Länge, dann setz dich tief in deine Hüfte hinein, öffne den Brustkorb und schieb die gestreckten Arme weit über Kopf in deine Rückbeuge. Atme hier tief ein und dann langsam komm wieder hoch, bring die Hände zur Matte und steig zurück ins Brett. Bring hier deine großen Zehen zusammen und dann senk Knie, Brustkorb und Kinn gleichzeitig auf der Matte ab. Leg die Füße um und schlängel dich nach vorne durch in die Cobra und zurück in den herabscheuenden Hund. Mit der Einatmung zieh dann das rechte Bein weit nach oben, ausatmen, mach einen großen Schritt nach vorne zwischen die Hände. Komm dann direkt hoch in den High Lunge, Hände in Kalimudra, zieh dich hier wieder in die Länge, beug das vordere Knie ein bisschen mehr und dann öffne den Brustkorb, zieh die gestreckten Arme weit nach hinten in eine Rückbeuge. Komm dann wieder nach oben, platziere die Fingerspitzen am Anfang der Matte und dann heb das hintere Bein weg, gerade Rücken, bring den Blick vor. Ausatmen, steig nach vorne in die Vorbeuge. Bring dann die Hände wieder in Kalimudra und dann zieh dich hier nach oben zum Stehen in deine Rückbeuge. Ausatmen, Hände vom Herzen zusammen. Zweite Seite, einatmen, zieh die gestreckten Arme weit nach oben und zieh dich zuerst in die Länge und dann öffne den Brustkorb, schieb die Hüfte nach vorne, komm in die Rückbeuge. Hebe dich dann mit Kontrolle wieder hoch, beug dich über die Hüfte nach vorne in die Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen, gerade Rücken, Blick vor, platziere die Fingerspitzen auf der Matte und dann zieh das linke Bein hier weit zurück und nach oben. Beug dein Standbein und lande den Fuß in drei, zwei, eins. Senk das linke Knie ab, komm hoch in dein Low Lunge, zieh die Hände in Kalimudra weit über Kopf, öffne den Brustkorb und komm hier in eine Rückbeuge. Senk die Hüfte tief ab, schieb das Brustbein zur Decke hoch und dann komm langsam wieder nach oben, bring die Hände zurück zur Matte, steig zurück, Plank Pose. Bring die großen Zehen zusammen, schieb dich nach vor auf deine Zehenspitzen und dann senk hier Knie, Brustkorb und Kinn gleichzeitig auf der Matte ab. Leg die Füße um und schlängel dich nach vorne in die Kuba. Ausatmen, finde deinen Weg zurück in den herabscheuenden Hund. Mit der Einatmung zieh gleich das linke Bein weit hoch zur Decke und dann beug das Knie, mach einen großen Schritt nach vorne zwischen die Hände. Einatmen, zieh dich direkt hoch in einen High Lunge, bring die Hände in Kalimudra und dann zieh die Zeigefingerspitzen hoch zur Decke und zieh die gestreckten Arme weit über Kopf. Schieb das Brustbein nach vorne, setz dich tief in deine Rückbeuge. Und dann löse deine Hände auf, bring die Fingerspitzen zum matten Anfang, heb das hintere Bein weg, gerade Rücken, Blick vor. Mit der Ausatmung steig nach vorne in die Vorbeuge. Und dann bring die Hände wieder in Kalimudra, zieh dich hier hoch zum Stehen und in deine Rückbeuge. Öffne hier nochmal dein Herz, schieb die Hüfte weiter vor. Und dann bring die Hände vom Herzen zusammen. Tadasana, schließe für einen kurzen Augenblick die Augen und spür nach. Vielleicht spürst du schon die Energie in dir fließen. Vielleicht spürst du schon, wie sich die Blockaden lösen und alles wieder frei durch deinen Körper fließen kann. Öffne dann deine Augen. Mit der nächsten Einatmung zieh die Arme hoch, beug die Knie und setz dich tief. Utkatasana Chair Pose. Greif dann deine Hände hinterm Rücken. Roll die Schultern hoch, zurück und nach unten. Zieh dann die Arme weit weg von dir für eine Schulteröffnung. Und schieb das Brustbein hier weit nach vorne. Beug die Knie noch ein bisschen mehr. Und dann leg den Oberkörper auf deinen Oberschenkeln ab und streck deine Beine durch. Komm in eine Vorbeuge, zieh die Arme weit über Kopf. Mit der Einatmung beug die Knie nochmal, heb dich hoch. Utkatasana Chair Pose. Schieb das Brustbein nochmal ganz bewusst nach vorne. Und dann komm hoch auf deine Fußballen. Und dann setz dich hier ein bisschen tiefer. Ein bisschen tiefer. Und ein bisschen tiefer. Senk dann die Fersen wieder auf der Matte ab. Und von hier roll jetzt vor auf deine Knie und heb dich hier hoch. Löse dann deine Hände. Bring die Hände auf deinen unteren Rücken. Schau, dass die Fingerspitzen nach oben zeigen. Und dann kipp das Becken mal ganz bewusst nach vorne ein. Zieh die Scheitelkrone zur Decke hoch. Und mit der Ausatmung öffne den Brustkorb. Schieb die Hüfte weit nach vorne. Und lehn dich hier zurück ins Kamel. Geh hier so tief, wie es sich für dich heute gut anfühlt. Nimm noch einen Atemzug. Und dann heb dich hier wieder nach oben auf deine Knie. Greif deine Hände hinterm Rücken. Roll die Schultern hoch, zurück und nach unten. Komm dann wieder hoch auf deine Fußballen. Und dann senk die Ferse ab. Streck die Beine durch und komm hier in eine Vorbeuge. Zieh die Arme weit über Kopf. Atme tief ein. Und dann löse deine Hände in die Vorbeuge. Einatmen, gerade Rücken, Blick vor. Und dann zieh das rechte Bein weit zurück und nach oben. Lande dann den rechten Fuß am Ende der Matte. Einatmen, komm direkt hoch in einen High Lunge. Senk dann langsam das rechte Knie auf der Matte ab für den Low Lunge. Bring die rechte Hand zur Matte und zieh den linken Arm weit nach oben für eine Drehung. Von hier beug dein hinteres Bein. Und greif hier zu deinem Fußgelenk für eine Öffnung in unserem Hüftbeuger. Zieh die Ferse dann so nah zu dir heran, wie es für dich heute zugänglich ist. Und setz dich hier noch ein bisschen tiefer in deine Hüfte hinein. Schick die Atmung in deinen Hüftbeuger. Und komm mit jeder Ausatmung Stück für Stück ein bisschen tiefer in diese Dehnung, in diese Öffnung. Löse dann deine Hände auf, bring die Hände zurück zur Matte und dann steig von hier zurück, Plank Pose. Senk hier halb ab für ein Chaturanga und dann schieb dich nach vorne in den heraufscheuenden Hund und zurück in den herabscheuenden Hund, Adho Mukha Svanasana. Mit der nächsten Einatmung zieh das rechte Bein weit nach oben in den dreibeinigen Hund und dann mach hier einen großen Schritt nach vorne zwischen deine Hände. Zieh die Arme hoch, High Lunge. Und von hier lehn dich 45 Grad nach vorne, zieh die Arme weit zurück, bring Gewicht ins rechte Bein. Und dann langsam zieh das linke Knie zu dir heran und komm zum Stehen. Greif dann mit der linken Hand auf die Innenseite von deinem linken Fuß, zieh den rechten Arm hoch. Bevor wir in die Rückbeuge kommen, kipp das Becken nach vorne ein, um den unteren Rücken hier zu schützen und dann zieh dich zuerst in die Länge und erst dann drück mit dem Fuß in deine Hand hinein und komm hier in den Tänzer Natarajasana. Schau, dass der Oberkörper nach vorne ausgerichtet ist und dann zieh das Bein weit zurück, öffne deinen Brustkorb. Mit Kontrolle löst diese Position auf und komm hier in die Bergposition Tadasana. Senk deine Arme ab. Bring dann deine großen Zehen wieder zusammen. Einatmen, Arme weit nach oben zur Decke, beug die Knie, setz dich tief, Utkatasana, Chair Pops. Greif die Hände dann wieder hinter deinem Rücken, roll die Schultern hoch, zurück und nach unten. Zieh die Arme weit weg von dir, um hier in eine Öffnung zu kommen. Und dann senk dir die Hüfte ab, setz dich tief und roll hier wieder nach vor auf deine Knie. Hebe dich hoch, bring dann die Hände vorm Herzen zusammen. Einatmen, finde Länge im Rücken, schieb die Scheitelkrone weit nach oben zur Decke und dann kipp das Becken nach vorne ein, um auch hier wieder den unteren Rücken zu schützen. Öffne den Brustkorb, schieb die Hüfte weit nach vorne, komm hier in deine Rückbeuge, ins Kamel. Wenn du tiefer gehen möchtest, dann greif mit deinen Händen zu deinen Fersen heran. Schieb die Hüfte nochmal weiter nach vor, aktivier die Po backen. Öffne hier deinen Brustkorb. Schau, dass der Kopf nicht unbedingt in den Nacken fällt, weil im Nacken wichtige Blutbahnen und Nervenbahnen verlaufen. Das heißt, es kann einem ein bisschen schwindelig werden, wenn der Kopf in den Nacken fällt. Heb dich dann wieder hoch, setz dich zurück, bring die Hände wieder hinter deinem Rücken zusammen, roll die Schultern hoch, zurück und nach unten. Und dann strecke hier die Beine durch und komm in eine Vorbeuge, zieh die Arme weit über Kopf. Löse die Hände, dann auf, bring die Fingerspitzen zur Matte, einatmen, finde Länge im Rücken, bring den Blick nach vorne und dann zieh hier das linke Bein weit zurück und nach oben. Lande den linken Fuß am Ende der Matte, einatmen, zieh die Arme hoch, High Lunge. Beug dann das hintere Knie, senk das linke Knie ab in den Low Lunge. Von hier bring dann die linke Hand auf die Matte und zieh den rechten Arm weit nach oben für eine Drehung. Öffne den Brustkorb hier zur Seite, zieh den rechten Arm weiter zurück. Und dann beug das linke Bein, greif zu deinem Fußgelenk für einen Thigh Stretch, für eine Dehnung in unserem Hüftbeuger. Es ist immer super wichtig, unsere Hüftbeuger gut aufzudehnen, bevor wir in Rückbeugen kommen. Bring dann die Ferse näher Richtung Gesäß und setz dich tief in deine Hüfte hinein. Schick die Atmung dorthin, wo du sie jetzt gerade am meisten brauchst und versuch mit der Ausatmung ein bisschen mehr loszulassen. Dann löse den Griff langsam auf, bring die Hände zur Matte und steig zurück, Plank Pose. Von Plank Pose senk halb ab, Chaturanga, lass die Ellbogen nah am Körper. Dann schieb dich hier nach vorne in den heraufscheuenden Hund und zurück herabscheuender Hund. Mit der Einatmung zieh gleich das linke Bein weit nach oben, dreibeiniger Hund. Und dann mach mit links einen großen Schritt nach vorne, heb dich hoch, High Lunge. Zieh die Fingerspitzen weit nach oben zur Decke. Und dann lehn dich hier 45 Grad nach vorne, zieh die Arme zurück und bring Gewicht ins linke Bein. Von hier zieh dann das rechte Knie zu dir heran und komm zum Stehen. Greif dann mit der rechten Hand auf die Innenseite von dem rechten Fuß und zieh die linken Fingerspitzen weit nach oben. Und bevor wir in die Rückbeuge kommen, kipp das Becken hier wieder nach vorne ein, zieh dich zuerst in die Länge und dann drück den Fuß in deine Hand, öffne den Brustkorb, schieb das Bein hier weiter zurück in den Tänzer Natarajasana. Oberkörper ist wieder nach vorne ausgerichtet. Zieh das Bein noch ein bisschen weiter zurück. Tiefer Atemzug. Und dann bring das Knie wieder zu dir heran, steig in die Bergposition, senk deine Arme ab, Tadhasana. Mit der Einatmung zieh die Arme weit nach oben und komm tief mit der Ausatmung in die Vorbeuge. Gerade Rücken, bring den Blick nach vorne und dann steig, spring oder flieg zurück. Plank Pose. Senk halb oder ganz ab, öffne in deine Rückbeuge und komm zurück in den herabscheuenden Hund. Im herabscheuenden Hund komm auf deine Zehenspitzen und runde hier den unteren, mittleren, oberen Rücken nach vorne. Plank. Senk dann fließend deine Hüfte ab, schieb das Brustbein nach vorne in den herabscheuenden Hund. Dann lass die Beine gestreckt, beug die Arme und schieb die Hüfte hinauf und zurück, herabscheuende Hund. Noch einmal komm auf deine Zehenspitzen, roll Wirbel für Wirbel nach vorne ins Brett. Senk dann gleich deine Hüfte ab, schieb das Brustbein nach vorne, die Scheitelkrone hoch. Und dann beug deine Arme und schieb die Hüfte hinauf und zurück, herabscheuender Hund. Komm auf die Zehenspitzen und dann senk die Knie auf der Matte ab. Lass jetzt die Hüfte über deinen Knien und wandern mit den Händen nach vorne für Anahatasana, Puppy Pose. Komm hier gern auf deine Fingerspitzen, um die Dehnung ein bisschen zu intensivieren. Schieb dann das Brustbein tief nach unten und schau, dass deine Arme hier gestreckt bleiben. Du kannst die Stirn oder deinen Kinn auf der Matte auflegen und in diese Öffnung hineinspüren. Vielleicht kommst du mit jeder Ausatmung ein bisschen tiefer. Nimm hier noch zwei Atemzüge tief durch die Nase ein. Alles aus. Einmal noch tief durch deine Nase einatmen. Und mit der Ausatmung leg dann die Unterarme auf der Matte ab und senk hier die Hüfte auf der Matte ab für die Sphinx. Drücke wieder die Fußrücken nach unten, kipp das Becken nach unten, schieb das Brustbein weit nach vorne. Wenn du dich hier wohlfühlst, dann kannst du hier langsam anfangen, deine Arme zu strecken. Schau aber, dass die Hände immer zu dir heranziehen und das Brustbein nach vorne schiebt. Das heißt, schieb dich hier nicht weg von der Matte, sondern schieb die Matte zu dir heran. Wenn du noch weiter gehen möchtest, dann beuge jetzt deine Beine und bring die Zehenspitzen ein bisschen näher zu dir heran. Du kannst den Kopf hier zurücklehnen und vielleicht berühren die Zehen deinen Kopf. Schau, dass die Pobacken aktiv bleiben und das Becken hier nach unten kippt. Löse dann langsam auf, egal wo du bist. Senk deinen Oberkörper ab und dann stell die Fingerspitzen nochmal links und rechts von dir auf. Einatmen, roll hier nochmal hoch in die Cobra, Wirbel für Wirbel. Mit der Ausatmung senk Bauch, Brustkorb und Stirn auf der Matte ab. Streck die Arme dann wieder weit zurück, Handflächen zeigen nach unten. Und mit der nächsten Einatmung heb alles von der Matte weg, was du wegheben kannst. Zieh die Beine hier ein bisschen höher, zieh die Arme höher. Wir halten für 5, 4, 3, 2, komm an deinen höchsten Punkt und ausatmen, senk hier wieder auf der Matte ab. Mach gerne einen Polster mit deinen Händen, wo du die Stirn ablegen kannst. Und dann wackel mit der Hüfte links, rechts, lockere deinen unteren Rücken. Dann löse die Hände wieder auf, streck die Hände zurück. Und dann beug hier deine Beine und greif zu deinen Fußgelenken. Kipp, bevor du jetzt in die Rückbeuge kommst, kipp das Becken nach unten ein. Das heißt, schieb die Hüftknochen nach unten, aktiviere die Pobacken, um auch hier den unteren Rücken zu schützen. Und von hier drück die Füße jetzt in deine Hände und öffne den Brustkorb, komm in den Boden. Danurasana. Und dann schau, dass du den Oberkörper noch ein bisschen höher heben kannst. Stell dir vor, du streckst hier die Beine zurück. Das heißt, die Oberschenkel, die Knie können gern auf die Matte absinken. Und der Oberkörper hebt sich noch ein bisschen höher. Vielleicht kannst du eines Tages die Beine ganz durchstrecken und hier in eine intensive Brustkorböffnung kommen. Egal wo du bist, wir halten hier noch für drei, zwei, komm an den höchsten Punkt. Und eins, senk hier mit Kontrolle wieder auf der Matte ab. Mach hier wieder gern den Polster und schließe für einen Moment die Augen. Schick die Atmung in den Bauch und in den unteren Rücken und atme hier auch gern durch den Mund wieder aus. Einmal noch tief einatmen. Durch den Mund wieder aus. Und von hier roll jetzt direkt auf deinen Rücken in Rückenlage. Stell die Füße dann hüftbreit geöffnet auf. Bring die Fingerspitzen zu den Fersen für den optimalen Abstand. Wir kommen hier in die kleine Brücke. Das heißt, drück den unteren Rücken fest in die Matte. Und dann heb dein Becken weg und roll Wirbel für Wirbel nach oben Richtung Schultern. Wackel dann deine Schultern zusammen. Greif die Hände hinterm Rücken und schieb die Hüfte noch ein bisschen höher nach oben. Zieh die Knie tendenziell ein bisschen näher zusammen. Aktiviere die Pobacken sanft und schieb dich hier höher. Öffne den Brustkorb. Atme hier tief durch die Nase ein. Und langsam wieder ausatmen. Mit der nächsten Einatmung komm hoch auf deine Zehenspitzen. Lös die Hände auf und roll Wirbel für Wirbel auf die Matte ab. Lass dann die Knie zueinander oder auseinander fallen. Bring eine Hand auf den Bauch, eine Hand auf den Brustkorb. Und spür hier nach. Spür in die Vorderseite von deinem Körper hinein. Spür, wie sich alles öffnet. Wie du freier wirst. Wie du losgelöster wirst. Und dann stell die Füße nochmal hüftbreit geöffnet auf. Du kannst hier nochmal in die kleine Brücke kommen oder wenn du ins volle Rad gehen möchtest, dann mach das jetzt gerne. Stell die Hände neben deinen Ohren auf. Die Fingerspitzen können gerne ein bisschen weiter nach außen zeigen, wenn das für dich angenehm ist. Dann heb hier das Becken weg und schieb die Hüfte mal nach Vorrichtung Knie. Und dann fang hier langsam an deine Arme zu strecken. Heb den Kopf weg und dann leg mal die Scheitelkrone auf der Matte auf. Schau, dass die Scheitelkrone ein paar Millimeter über der Matte schwebt. Du kannst hier bleiben, das ist super, um Kraft aufzubauen, ist mega anstrengend. Oder du fangst jetzt an deine Arme hier ganz durch zu strecken und kommst ins volle Rad. Urdhva Dhanurasana. Und das Ziel im vollen Rad ist nicht, dass die Füße näher zu den Händen kommen, sondern das Ziel ist, dass die Beine hier gestreckt sind und du hier in eine schöne Brustkorböffnung kommst. Brustkorb- und Schulteröffnung. Das heißt, vielleicht kannst du hier deine Beine ganz durchstrecken. Egal wo du bist, komm langsam mit Kontrolle wieder aus der Position heraus, genau so wie du hineingekommen bist. Bring dann die Knie wieder auseinander oder zueinander. Lege jetzt die andere Hand auf den Bauch, die andere Hand auf den Brustkorb und spüre hier nochmal nach. Spüre, wie dein Herz schlagt, wie das Blut durch den Körper fließt, wie die Energie wieder freier fließen kann. Und dann stell die Füße nochmal auf für die letzte Runde in der Rückbeuge. Du kannst nochmal in die kleine Brücke kommen. Ich werde mit dir nochmal ins volle Rad gehen, das heißt, stell die Hände neben deinen Ohren auf. Und dann heb das Becken weg, schieb die Hüfte nach vorne, heb den Kopf weg und fang an die Arme durchzustrecken ins volle Rad. Schieb dich dann mit den Beinen nach vorne in eine Brustkorböffnung. Wenn du noch weiter gehen möchtest, kannst du von hier jetzt auf deine Unterarme kommen, ins Unterarmrad. Mach das, was sich für dich jetzt gut anfühlt und geh nur so weit, wie es für dich auch passt. Hör ganz auf deinen Körper, dein Körper sagt dir immer, was er braucht und was gerade geht. Und dann komm auch von hier wieder langsam aus der Position heraus. Lass die Knie auch hier wieder zu oder auseinander fallen. Und dann bring deine Hände in Gebetshaltung, die Daumen zwischen deine Augenbrauen. Und dann zieh die Knie zu dir heran und gib dir eine ganz, ganz große Umarmung. Wackel hier gern so ein bisschen von links nach rechts. Und dann steck die Nase zwischen die Knie, mach dich mal so klein wie möglich. Wir halten hier für drei, für zwei und eins. Stell deine Füße wieder auf, wackel die Hüfte nach rechts und lass deine Knie auf die linke Seite fallen, für einen Twist. Lass dich schwer nach unten sinken. Und dann heb die Knie wieder hoch, wackel die Hüfte nach links, lass die Knie auf deine rechte Seite fallen. Mit jeder Ausatmung lass hier ein bisschen mehr los und sink hier tief nach unten. Bring dann auch hier die Knie wieder nach oben und zu deinem Brustkorb heran. Steck die Nase nochmal zwischen deine Knie. Mach dich so klein wie möglich, gib dir die größte Umarmung. Wir halten für drei, für zwei und eins. Senk jetzt den Kopf auf der Matte ab, streck die Beine aus und senk die Arme neben dir ab. Atme dann tief in deinem Bauch, in deinem Brustkorb bis hoch in die Stirn ein. Halte die Luft an für drei, zwei, eins. Öffne den Mund und atme hier laut aus. Letztes Mal atme hier tief in den Bauch, Brustkorb bis in die Stirn. Stirn ein und halte die Luft an für drei, zwei, eins. Öffne den Mund und lass alles los. Schließ die Augen, wenn du sie nicht schon geschlossen hast. Und wenn du noch irgendwo Anspannung in deinem Körper hast, lass ganz gezielt auch dort nochmal los. Lass deine Atmung natürlich fließen. Entspann dein Kiefer und streich dir hier gedanklich mit den Daumen über deine Stirn. Genieße hier die Endenspannung. Shavasana Vielen Dank. Bleib hier sehr, sehr gerne noch länger in der Endentspannung, ansonsten fang hier an, deine Finger, deine Zehen zu bewegen, wackel den Kopf mal von links nach rechts und dann bring die Knie zum Brustkorb, streck die Arme hier gern über Kopf und roll dann auf deine rechte Seite. Schenk dir ein kleines Lächeln hier und komm dann mit geschlossenen Augen hoch zu einem Sitz deiner Wahl. Bring deine Hände vom Herzen zusammen und dann bring die Daumen zwischen deine Augenbrauen für klare Gedanken, zu deinem Mund für wahre Worte und zu deinem Herzen für ein offenes Herz. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen heute. Ich hoffe, du fühlst dich losgelöster, freier, offener und kannst dieses Gefühl auch noch mit in deinen Tag, in deine Woche nehmen. Namaste Ich hoffe, du fühlst dich los. 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 Ich hoffe, du fühlst dich los.